Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ein bisschen um Obius. Jetzt denkt ihr euch, was ist Obius? Obius ist schon ein älteres Projekt, was ich euch damals im Seat Sale vorgeschlagen habe. Um genau zu sein, war das am 21.02.2023. Das ist jetzt fast genau ein Jahr her und jetzt ist der Token gelauncht. Erstmal auf Uniswap, das werden wir uns jetzt alles mal angucken, welche Partnerschaften da mittlerweile drin stehen, wie es jetzt weiter abläuft. Das wollte ich euch jetzt alles mal in diesem Video nochmal ein bisschen genauer erklären, damit ihr da auch auf den neuesten Stand seid. Viele, die im Seat Sale jetzt investiert haben, kommen sowieso noch nicht an ihre Token, hat was mit Investing zu tun, werde ich jetzt aber auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ansonsten nochmal kurze, knappe Vorstellung für was Obius da ist, was es mittlerweile so alles Neuestes gibt. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in meine kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und ansonsten auf jeden Fall einen Kommentar auch da lassen, ob ihr möglicherweise schon in diesem Projekt investiert seid. Ja, auf jeden Fall, was macht Obius? Obius versucht alles im Endeffekt, wenn man sich das mal hier durchliest, Obius ist eine Blockchain-basiertes ERP, also Energy Research Product Software, die eine Symbiose aus traditioneller Unternehmensressourcenplanung und Kryptotechnologie enthält. Klingt alles gut, habe ich auch vor knapp einem Jahr auch schon gesagt, dass ich sowas wenigstens als Anwendung sehr, sehr sinnvoll finde. Natürlich auch hier ein bisschen CO2-Aspekt und sowas, alles digital etc. pp. Nochmal, als Erklärung, Obius ist eine Blockchain-basierte All-in-One-Erp-Software-Lösung, die das volle Potenzial von ERP für alle Unternehmen freischaltet. Jeder Prozess des Workflows wird verfolgt, beginnt mit dem Wareneingang und endet mit der Rechnung. Also alles hier auf der Blockchain, das ganze Projekt natürlich auch mit Constellation Deck, wem das was sagt, Morpheus Network ist da mittlerweile mit drin. Und was ich euch auch schon mal vorgeschlagen habe oder beziehungsweise vorgestellt habe, ist Evercraft. Also auch die, die ein bisschen mit CO2-Reduzierung und ein bisschen Energieschonend und Ressourcenschonend und sowas alles machen, könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal nochmal angucken. Das Video zu Evercraft, da auch übrigens jetzt der Presale sehr, sehr schnell ausverkauft wurde, werde ich wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal ein Video machen. Also auch da geht es komplett voran und die haben hier eben auch nochmal eine Partnerschaft. Holger Kuhmann, CEO, hat hier auch nochmal einen größeren Artikel zu Obius-Erp noch einmal gepostet. Auch diesen Artikel werde ich euch unten nochmal dran verlinken. Auf jeden Fall war es dann jetzt gestern, soweit der Launch hat gestartet. Auf Uniswap könnt ihr schon, ja, sieht man jetzt hier nicht, aber auf jeden Fall auf Uniswap ist mittlerweile der Token handelbar. Ihr könnt ihn dort kaufen, verkaufen, wie auch immer ihr das möchtet. Das ist möglich, aber, und jetzt kommt eben das große Aber, das habe ich letztes Jahr schon hier eben in dem Video damals dazu gesagt, da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen auf größer machen, dass vor allem die, die damals im Seed Sale investiert haben, dass diese Token dann erst später zur Verfügung stehen. Also nicht wundern, wenn ihr noch nicht eure Token habt, ihr müsst in eurem Dashboard, das könnt ihr auch von der Obius-Website dann direkt öffnen, also dieses ICO-Dashboard, die Token kommen nach dem Westing und das Westing ist hier nochmal auch in der Telegram-Gruppe von Obius nochmal angepinnt worden. Also Seed Sale, wo wir damals drin waren, also wir waren ja wirklich welche der ersten Investoren damals, ist nach zwölf Monaten, das heißt heute in einem Jahr habt ihr Zugriff auf die Token und dann 50% und die anderen dann nochmal sechs Monate später. Alle, die in Private Sale investiert haben, da habe ich aber glaube ich dann kein Video mehr gemacht, aber für alle trotzdem interessant, wird es so in 15%-Schnitten alle drei Monate erfolgen. Also ganz, ganz wichtig, wundert euch nicht, oh nein, wo sind meine Token, es dauert noch, geht auch gerne in die Telegram-Gruppe von den Jungs. Ich glaube, weiterhin bin ich ehrlicherweise, bin ich ehrlich, dass ich weiterhin an dieses Projekt glaube. Nicht, weil ich bezahlt werde, werde ich nicht, keine Sorge, aber dadurch, dass jetzt wirkliche Partnerschaften mittlerweile stattfinden, mit Constellation Deck, mit Morpheus Network, mit eben halt auch Evercraft, was auch schon funktioniert, also es wird ja schon rückabgewickelt, da kommt noch mehr. Ich hatte auch nochmal ein Telefonat mit denen jetzt vor kurzem, wo sie mich auch darauf hingewiesen haben, ja da und da ist Lodge und alles, soll ich das alles nochmal erwähnen? Und ich glaube, da kommt noch einiges. Lasst euch nicht irritieren, weil jetzt der Kurs, wenn wir uns das mal ganz kurz auf Dextools.io mal ein bisschen genauer angucken, der Kurs natürlich jetzt erst einmal ein bisschen nach unten hingegangen, ist normal nach so einem, ja, Pre-Sale, ICO. Trotzdem, die Token immer noch, sag ich mal, für alle, die im Seed-Sale drin waren, sollten noch im Plus sein. Aber wie gesagt, das ist für mich immer noch ein langfristiges Projekt. ERP mit alles auf Blockchain-Technologie, CO2 reduziert, also umweltschonend dann auch wiederum, ist auf jeden Fall die Zukunft und ich glaube, Obios hat hier sehr, sehr starke Partner und was ich so gehört habe, wird da, denke ich, noch einiges kommen, auch Zweckspartnerschaften etc. pp. Deswegen stört es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich wollte nur für alle, die jetzt hier schon mal Bescheid wissen, nochmal ein kurzes Update da lassen. Es funktioniert alles. Wie gesagt, auch die Webseite und alles nochmal überarbeitet worden damals. Und ansonsten weiterhin in das Projekt investiert. Warten wir mal ab, was da noch kommt, wenn dann möglicherweise auch mal die Listings kommen, zu größeren Börsen und sowas wird wahrscheinlich auch der Token dann nochmal ein bisschen, ja, nochmal einen ordentlichen Schub nach oben hinbekommen. Schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal mal an die nächsten Wochen und Monate. Und ansonsten würde ich sagen, ja, war es das für das heutige Update. Wie gesagt, geht gerne in die Telegram-Gruppe von den Jungs rein. Schaut euch das an und wenn ihr da Fragen habt, die schreiben euch sofort zurück. Ansonsten war es das von meiner Seite. Gerne mal unten eure Meinung reinschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.